Die neue tschechische Minderheitsregierung unter dem Populisten und Multimilliardär Andrzej Babis ist im Amt Staatspräsident Milos Zeman vereidigte die Minister des Zwei-Parteien-Kabinetts auf der Prager Burg Die Arno von Babis und die Sozialdemokraten, CSSD, als Juniorpartner hatten sich nach monatlangen Verhandlungen auf das Bündnis geeinigt Die Kommunisten, KSCM, sollen die neue Regierung tolerieren Der 63 Jahre alte Babis muss nun innerhalb von 30 Tagen die Vertrauensfrage stellen, und wird das am 11 Juli noch vor der Sommerpause tun Im ersten Anlauf zur Regierungsbildung war Babis im Januar an der Vertrauensfrage gescheitert Babis ist beliebt, aber auch umstritten, gegen den Unternehmer wird wegen mutmaßlichen Subventionsbetrugs ermittelt Zeman spricht von Anti-Zuwanderungsregierung Wir werden gegen illegale Migration, und für unsere Interessen in Europa kämpfen, sagte Babis Der Arno-Gründer versprach Sicherheit für die Bürger, einen effektiven Staat und ein besseres Leben für unsere Menschen Tschechien gehört zu den Ländern, die EU-weite Umverteilungsquoten für Flüchtlinge entschieden ablehnen Heftig gestritten wurde bis zuletzt um den Posten des Außenministers Präsident Zeman beigerte sich, den sozialdemokratischen Europaabgeordneten Miroslav Poche als Chefdiplomaten zu vereiligen Als Grund führte sein Sprecher an, dass ein Unterstützer der Migration nicht Mitglied einer Anti-Zuwanderungsregierung sein könne Das Ausnahmte übernimmt nun der CSSD-Parteichef Jan Hamazik zusätzlich zum Innenministerium Für deutliche Kritik bei der Opposition sorgte, dass die Vereidigung auf den tschechischen Gedenktag für die Opfer des Kommunismus fiel Es ist eine Schande, dass wir fast 30 Jahre nach der Wende wieder eine Regierung haben, die sich auf die Kommunisten stützt Erklärte der Vorsitzende der konservativen Partei TUP 09, Ex-Justizminister Jiri Pospisil Die Anno, tschechisch für Jahr, führt in der neuen Regierung neun Ministerien, die CSSD 5 Die Basis der Sozialdemokraten hatte die Koalition vor knapp zwei Wochen in einem Referendum gebilligt Dafür stimmten 58,5 Prozent der Genossen, dagegen 40,2 Prozent Die kommunistischen Parteigremien müssen dem Tolerierungsabkommen noch zustimmen Die linke Partei unter dem Vorsitzenden Boyetech Philipp hatte in ihrem Programm vor der Parlamentswahl unter anderem ein Recht auf Arbeit und den Austritt aus der NATO gefordert Die Linke Partei Die Linke Partei